Das Stadtrade ist eine super Aktion. Ich wünsche mir, dass die jedes Jahr jetzt stattfindet, weil ich jetzt schon Spaß daran gefunden habe und finde, je mehr Menschen mitmachen, auch ruhig mit kleinen Strecken, desto besser viele kleine Strecken geben eine ganz große. Ich selber bin auch in einem Team mit Kollegen aus der Stadtverwaltung und habe jetzt vor den nächsten drei Wochen auch möglichst viele Termine dienstlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Ja, und von daher, nächstes Jahr sind wir hoffentlich noch viel mehr dabei. Und danke an alle, die das organisiert haben. Bis zum nächsten Mal.